Ich habe die 8 8er an dem Surren erkannt. War das? Ne. Das ist aus Shuri, ja. Als den Kommandanten der Kopf weggeschossen wurde von der 8 8er. Was auch immer das für eine Erleitung ist, ich nehme es. Ah shit, wir müssen die Sounders machen, das wird so ein Scheiße laut. Ja, wir spielen ein paar Flash Games zu Panzer. Was für ein Titel hier auf einer Flash Game Seite. Habe ich mir so gedacht, dadurch, dass wir beide Panzer mögen, können das was Tolles sein, sag ich mal. Und ja, das Spiel habe ich schon gespielt. Lindsay, Nubia, ja doch, es sind Bots. Machen wir uns nichts vor. Es sind Bots. Mein Kollege meinte nämlich, das wären keine echten Spieler. Ich habe erst gedacht, das wären echte Spieler, aber ja, die würden anders reagieren, sag ich mal. Und hätten auch mehr Abschlüsse. Nein, aber mir halt auch zu generisch. Ja, und zu perfekt grammatikalisch, würde ich sagen. Genau, ich hatte mich beim letzten Mal bei den 83 Abschüssen bei der Killstreak schon sehr, sehr doll gefreut, dass ich mich super anstellt, super Threads habe, wie ich Gegner besiegen kann, indem ich hier mal rumhüpfe mit... Boah, Scheiße, sind die stark geworden. Mit meiner Glass Cannon, die wir hier spielen, mit einer ziemlich geringen Feuerrate und ziemlich hohen Schaden. Alter, was macht der denn? Ja. Und manche Panzer sehen ein bisschen Sherman-mäßig aus, wie der Kollege zum Beispiel. Und... Das war eigentlich schon das Spiel, nachdem ich entdeckt habe, dass es gegen Bots ist, habe ich auch keinen Bock mehr drauf, es länger zu spielen. Spielen wir als nächster. Tanko Io. Das klingt ehrlich gesagt ein bisschen interessant, dadurch, dass es ein Io-Spiel ist. Probieren wir das doch gleich mal aus. Ah, viel zu laut. Was hältst du von dem Spitznamen? Witzmann. Ich weiß nicht, ob ich so witzig bin. Nee. Kennst du den? Ich weiß leider nicht seinen Vornamen. Wie ist der? Paul? Nee. Pazum? Nee, Wittmann. Entschuldigung. Wie hieß... Fick dich. Mein schöner Witz. Nein, ich kenne ihn nicht. Wir haben es gerade von Panzern, du hast Paul gesagt, er kann natürlich Power-Panzer. Ich meine... Ah, nee. Aber gut, da haben wir den Witz auch schon untergebracht. Nee, na, den besten Panzerfahrer auf deutscher Seite, Wittmann. Ich bin historisch absolut nicht bewandert. Ja. Was wollen wir spielen? Allied Forces oder Sowjetunion? Wir sind anschließend in der Nachkriegszeit. Äh... Nee, dann eigentlich Russen. Eigentlich Russen. Nee, ich meine Sowjets. Entschuldigung. Okay. Dann kannst du hier noch einen Panzer aussuchen. Ich würde... Ja, vom Optischen... Ich mag den... Ich mag Grün. Ich bin ein Rotliebhaber. Rotliebhaber, alles klar. Coming soon. Denkt ihr, da werden noch neue Panzer hinzugefügt werden? Ich glaube nicht. Ja, ich denke schon, aber Bearbeitungszeit, drei Monate plus drei Jahre. Rosie, Lone. Ich glaube, wir spielen hier wieder mit Bots. Und warum ist das so aufgebaut wie bei LOL? Vielleicht, weil der Grafiker nicht ganz so ideenreich war. Oh mein Gott. Wir müssen überfordert. W, A, S, D, oder? Ja, das sieht schon mal gut aus. Ich meine, farblich haben wir es ja richtig gemacht. Wir werden ja schon auf sowjetischer Seite spielen. Da müssen wir natürlich auch rote Panzer fahren. Ja. Oh mein Gott. Da geht viel zu viel ab. Hier sehen wir, wie weit wir schießen können. Was haben wir denn? Es ist sogar wie LOL mit dem Feed und... Wow. Und hier sind die Minions, die Minion-Panzer. Oh mein Gott. Was haben wir hier gefunden? Wie süß. Warte mal. Ist das dieser Panzer mit der doppelten Kanone? Dieser Flak-Panzer in W.O.T.? World of Tanks, keine Ahnung. Äh, Warfunder meine ich. Warfunder, äh... Flak-Panzer mit 2, der die ASU 37-Dächtig hätte. Ja. Oder 37-2, oder wie sie heißt. Genau. Ich glaube, das war das Spiel. Wir haben alles gesehen, was man sehen sollte. Alter, ist der riesig. Er wird immer größer. Wow. Der wird irgendwie mit jedem Abschluss größer, habe ich das Gefühl. Aber warum? Ich meine, Nanotechnologie? Nö. Wenn das Spiel jetzt noch interessanter wäre, ein bisschen einsteigerfreundlich, dann... Aber, ne. Klassisches Gelegenheitsspiel. Mhm. Sehr gelegenhaltig. Ballistika? Nee. Das umgeben wir, denn wir wollen in den Tiger einsteigen. Tank Attack 3D. Was? Danke, Adobe. Danke. Danke, Adobe. Dankeschön. Und schieben das hier rein. Und laden nochmal neu. Und das ist... Ernsthaft. Was ist das? Warte mal. Hä? Verdammte Axt. Sie wollen uns nicht mit dem Panzer fahren lassen. Mit dem Tiger. Bist du bereit für den Schäffi? Nö. Ich denke, wir sind alle bereit. So, ähm... Da wären wir jetzt. Delta 12 Delta A 204. Das ist bestimmt irgendein Geheimcode. Wir sind jetzt bei dem Battle Tank Killing Spree. Killing Spree, Schäffi. Wir gehen gleich mal... Mit einem M24. Das könnte er heiter werden. Und Spiel? Ah, das ist auch ein M24. Oh, Turbo und Shield. Health, Turbo, Shield. Ich hätte jetzt fast hier draufgeklickt, aber... Das wäre sehr, sehr tödlich gewesen. Ah, deswegen Killing Spree. Warum müssen wir überhaupt hier so auf einer... Mein Gott, wir haben... Unser Tormut-Trade Kranz wurde beschädigt. Was? Wann ist das passiert? Ich weiß es nicht. Aber ich hätte gerne den Panzer begutachtet, der da vorbeigefahren ist. Das sah deutsch aus. Oh mein Gott, siehst du das Lautsprechersymbol? Und wenn man es nicht findet, sieht man aus wie dieser Typ hier. Massiv frustriert. Ja. Wir heißen Mark Gott. Weshalb auch immer. Mein Gott, was ist das für ein Panzer? Es ist, glaube ich, ein Humvee. Mein Gott, wir haben eine begrenzte Anzahl an Munitionen. Mein Gott, das ist so ein... So ein ekliges... Was ist das? Das ist ein verficktes Einparkspiel. Ich wollte erst einen Witz machen. Und hoffentlich ist das nicht so ein Einparkspiel. Das sieht aus wie so ein Einparkspiel. Wegen der Physik und dem Fahren und... Okay, wir mussten einfach nur gerade jemanden abholen. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Auf jeden Fall, wenn dann ist das dein neuer Parkplatz-Simulator. Ah. Wir haben eine begrenzte Anzahl an Leben. Und wir müssen wieder nach unten fahren. Ich weiß nicht, wovor nur und wohin. Was? Was zum Henker hat er gerade gefeuert? Ich glaube, das war eine Javelet oder was in der Richtung. Aber ich glaube auch, das war es mit dem Spiel. Ich habe wirklich keinen Bock auf das Einparken. Auf das werden wir auch keinen Bock haben, denn da muss man auch noch einparken. Park my tank. Wollt ihr mich verarschen? So viele coole Bilder mit Abrams und dann... Ich will es mir eigentlich doch anschauen. Was haben wir hier? Kann ich eigentlich gar nicht einordnen. Ja, es scheint wahrscheinlich schon zu einer Art Abrams zu sein. Dadurch, dass irgendwie auch alles amerikanisch ist. Oder russisch. America. Fuck yeah. Das hier sieht aus wie Panzer 1, um ehrlich zu sein. Oh. Was ist das? Ein Spitfire? Schön. Warum brauchen wir amerikanische Panzer? Und da steht ein englisches Flugzeug. Gute Frage. Und dann wieder ein amerikanischer Chat. You crashed. Was? Ich bitte euch. Ich bin doch nur an die... Wow. Ich bin doch nur an die hochexplosiven Raketen gefahren. Ja, ich glaube eher, dass es deine Panzerschürzen waren. Also die Gunnischürzen, die absolut starr sind. Also vorzerbrechen, wenn die irgendwo dagegen anecken. Show Highscore. Add to your website. Wollen wir das machen? Wollen wir uns eine Website erstellen? Ja, wir erstellen uns eine Website nur für dieses Spiel. Für die geilen Dünen-Panzer. Spielen wir alle wieder eins. Diese farbenfrohen Farbgestaltungen. Hey. Also irgendwie hat das was. Warte mal. Mal ehrlich, wer kommt denn auf die Idee, die Höhenvorstellung von dem Panzer auf linken und rechten Pfeil zu legen, anstatt auf oberen und unteren Pfeil? Ich weiß auch nicht, wer hier in dieser Allee seine Autos geparkt hat. Ja, ich dachte, das wäre ein bisschen spannender und nicht so ein langweiliges... Oh, oh, du hast ein Stage-Clear. Das kann doch nicht langweilig sein. Also wenn du jetzt schon ein Stage-Clear hast, dann kannst du nicht so langweilig sein. Okay, schauen wir noch ins zweite Level. Was ich sagen wollte, es ähnelt ein bisschen Hill-Climb-Racing nur mit Panzern. Ja, wenigstens kannst du dich diesmal wehren. Wenigstens haben die so ein bisschen Animationen eingebaut und man wird sogar von der Explosion beeinflusst. Das habe ich auch noch nicht so gesehen. Ja, das ist schon wieder ein etwas hochkarätigeres Browser-Game. Und dass man durch die Explosion sogar noch einen Geschwindigkeitsschub bekommt. Das habe ich jetzt eben gemerkt, bei diesen Autos oder Taxis. Das ist wunderbar. Das zeugt auf jeden Fall von ein bisschen Qualität. Also das ist wirklich das beste Spiel. Ja, da hat jemand Spaß gehabt auf jeden Fall. Oder man könnte noch mehr weiße Linien hinten im Wasser einfügen. Wow! Wow, was? Was zum Teufel? Das ist ganz typisches Panzerverhalten, wir haben es gerade gesehen. Natürlich. Warte mal, warum? Was? Auf zum nächsten Spiel. Ja. Das ist mir das unbegründet. Also erstmal Hinweis, das war ein geiler Surround-Sound. Der kam erst von rechts und dann ist er von links abgehauen. Und das ist ein arschgeiler Panzer 4J, würde ich sagen. Was macht dieses Nachtsichtgerät? Eine Ausführung 4 mit Entfernungsmesser. Hey, wirklich gab es sowas? Oh! Ja, der Panther 2 hatte eine Entfernungsmesser. Was haben wir hier? Das sieht aus amerikanisch. Ja, das sieht nach einem M26 aus. Fast. Panzer 4, keine Ahnung, britisch und Abrams. Ah, und das ist so ein Spiel. Mann, warum transportiert ihr die mit einem Panzer? Das macht überhaupt keinen Sinn. Ihr habt allmögliche Halbketten und dann transportiert ihr den Scheiß mit einem Panzer. Ja, interessanterweise wurden damals, wo der Unfall mit Tschernobyl war, wurden noch Suh 152 eingesetzt, um Fracht zu, oder halt Trümmer wegzuschieben und hast du nicht gesehen. Alter, das ist der perfekte Moment, wenn sich der Kreis schließt bei mir, weil ich hatte heute wieder mit Tschernobyl was zu tun. Oh! Und das ist die perfekte Verbindung, würde ich so sagen. Ja, und wir spielen das erste Level noch durch. Ist nicht wirklich... Was? Play the Game. Tank in Action mit der Aufführung, das hat so ein bisschen Kassino-Flair. Oh Gott, das ist viel zu grell, vor allem hier. Natürlich. Oh yeah. Ich sehe aus wie ein Penis. Hallo, Sybou. Und ich kann sogar schießen. Natürlich. Und das sind die besten... Du kannst sogar Backflips machen. Alter, diese Gravitation. Vor allem das Lustige ist, alle Objekte haben keinen Schatten, sehen scheiße aus, außer diese Bäume hier hinten. Die haben nochmal so einen kleinen Schatten. Das wurde wert aufs Detail gelegt. Was ist das da unten? Ich würde sagen, das stellt eine Art Busch da. Ach so, das ist der Vordergrund. Ich dachte, das wäre der Hintergrund irgendwie. Nee, das sollte, glaube ich, Vordergrund sein. Warte mal. Denkst du, der nächste Wald wird wieder drei Bäume haben? Ich würde mich auf diese Wette einlassen. Oh nein, es sind fünf. Wette verloren. Verdammt. Das waren fünf. Na, wenigstens sind es hier drei Häuser. Oh Gott. Oh Gott. Ja, das natürlichste Hindernis für Panzer. Windmühlen. Oh, Domino Day. Domino Day. Domino Day. Eine Brücke gebaut. Wer auch immer die aufgestellt hat, war ein Genie. Oh, der dreifarbige Regenbogen. Nicht schlecht. Oh mein Gott. Ich habe da nie einen schöneren Regenbogen gesehen. Vor allen Dingen, er ist so farbintensiv. Warte mal. Hm. Die Farbreite in Folge ist sogar falsch. Zur Erde zeigt immer blau. Welche Wellenlinge ist denn? Oh mein Gott, nein. Du bist... Okay, du bist doch... Explodiert. Wow. Gut, hier kommen die Panzerfront. Ich glaube, 41 gab es... Na, vielleicht ein bisschen so um die Winterszeit. Da gab es vielleicht schon einen Tiger, aber... Ha. Ha. Oh mein Gott, ich glaube, wir haben es hier mit einem Taktikspiel zu tun. Meinst du, wir haben hier tatsächlich mal ein Spiel, was ein bisschen mehr erfasst... Was zum... Warum? Das ist das Tutorial. Es wird nur erst mal gerade... Du wirst in eine Situation kommen. Ja, aber die... Die... Das ist hochgradig spannend. Erinnert mich auch ein bisschen am Fire Emblem. Ich weiß nicht, ob du es mal gespielt hast. Oh mein Gott. Das ist wirklich... Ah. Warte mal. Das ist eine Kooperation mit dem anderen Parkspiel, denn da gab es auch diesen Panzer 4... Äh, Panzer 1 von den Deutschen. Aha. Verstehe. Ah. Das Level ist ziemlich langweilig. Gut. Das waren... Eine Menge Panzer-Flash-Games auf der erstbesten Seite, die ich finden konnte. Es war semi-gut. Ich hätte mir ehrlich gesagt mehr Spiele gewünscht, die so ein bisschen spezieller reingehen mit... Wo wir mehr über die eigentlichen Panzer reden, anstatt das, was wir sehen oder was wir nicht sehen. War trotzdem schön und... Ja, mein Gast hat noch abschließende Worte für euch. Ich habe es total verkackt. Da ist meine Schuld. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020